Surah 84, Al-Inchikak, das Zerbrechen, offenbart zu Mekka 25, Ayat. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, wenn der Himmel zerbricht und seinem Herrn gehorcht und sich ihm gefügig zeigt und wenn die Erde ausgebreitet wird und herauswirft, was sie verbirgt und sich von allem freimacht und ihrem Herrn gehorcht und sich ihm gefügig zeigt. Du Mensch, du strebst mit aller Mühe deinem Herrn zu und du sollst ihm begegnen. Was nun den anbelangt, dem sein Buch in seine Rechte gegeben wird, der wird einer leichten Rechenschaft unterzogen sein und wird fröhlich zu seinen Angehörigen zurückkehren. Was aber den anbelangt, dem sein Buch hinter seinem Rücken gegeben wird, der wird sich bald Vernichtung herbei wünschen und wird im Höllenfeuer brennen. Er war gewiss glücklich unter seinen Angehörigen. Siehe, er dachte, dass er nie davon abkommen und zu Allah zurückkehren würde. Doch nein, sein Herr hat ihn wohl gesehen. Nein, ich schwöre bei der Abenddämmerung und bei der Nacht und dem, was sie verhüllt und bei dem Mond, wenn er voll wird, dass ihr sicherlich von einem Zustand der Not in den anderen versetzt werdet. Was also ist mit ihnen, dass sie nicht glauben? Und wenn ihnen der Koran verlesen wird, sich nicht in Anbetung niederwerfen? Im Gegenteil, die da ungläubig sind, erklären die Botschaft Allahs für eine Lüge. Und Allah weiß am besten, was sie verbergen. Darum verkünde ihnen eine schmerzliche Strafe. Nicht so denjenigen, die glauben und gute Werke tun. Ihnen wird unendlicher Lohn zuteil sein.